Versteck dich im Schrank, äh, weißt ihr halt, dass eigentlich nichts passiert. Eigentlich. Ah! Nach der Banane kommt die Karotte. Nevertis Horome hat ein Update bekommen, beziehungsweise ein zweites Kapitel Carrot Nightmare. Wir haben die Banane überlebt und wir überleben jetzt auch die Möhre. Schauen wir mal, was er diesmal für den hat. Creepy sieht es auf jeden Fall schon mal aus und gut animiert. Chapter Carrot. Okay, sehr nice. Wir haben schon einen Bananenmalger gemacht, ne? Dazu habe ich ja schon ein Video. Und jetzt machen wir diesen Teil. Denn mein Name ist dann die offizielle Skrutsche mit diesem Kanal. Ich bin dein heutiger Gastgeber und Moderator für die Horror-Map. Holt euch ein bisschen Popcorn, holt euch eine Karotte. Abo-Button, wenn euch das Video irgendwo empfohlen wurde. Wir sind Wiener in der Wohnung, ne? Ich glaube, die sieht nochmal einen Ticken besser aus. Okay, der Boden glänzt, als ob der frisch geboren hat wurde, aber... Okay, hier haben wir... Ich hasse Karotten. Ich schmeiße die Karotten immer in den Müll. Aber ich gehe nicht nach Hause, bis du das auch machst. Ne, Verti. Hat nicht hier eine Vertiche vielleicht irgendein Kindheitstrauma durchlebt oder sowas? Okay, und da ist die Karotte. Alter, aber sonst geil animiert die Küche, beziehungsweise modelliert die Küche, ne? Sieht richtig nice aus, die Küche, muss ich sagen. Ich könnte mal so ein richtiges Real-Life-Game machen. Die Möbel passen. Ja, Verti wurde bestimmt gezwungen, Obst und Gemüse zu essen, ich sag's dir. Zack. Jetzt müssen wir die Karotte in den Müll schmeißen, ne? Die wird sich sowas von riechen, Leute. Muss ich... Die Karotte ist weg. Jaaaaaa... Okay. Jetzt wieder zurück? Ah! 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 Okay. nicht ganz so wie die Banane, aber da kommt die raus. Diese Ruhe, diese Stille. Okay. Und jetzt? Die Karotte hat uns heimgesucht, Leute. Oh. Okay, das erinnert mich ein bisschen an Blendy. An Bendy, eine Inkmaschine. So vom Stil her irgendwie. Krass. Krasses Wohnzimmer. Muss man auch ein Faible für haben. Okay, warte mal. Worauf ist das Sofa gerichtet? Das Sofa ist immer auf den Fernseher gerichtet. Das ist wie eine Symbiose. Sofa und Fernseher. Die gucken sich immer gegenseitig an. Wieso kein Fernseher gegenüber vom Sofa? Das ist nicht komplett. Das wirkt nicht. Das wirkt popetrisch. Die Zeichnung ist auch cool, Leute. Okay. Ah, 100% Bendy. Hat auf jeden Fall ein bisschen Inspiration dafür gefunden, ne? Bist du dahinter? Okay. Ganz anderes Feeling, ganz andere Atmosphäre im Vergleich zu deinem Bananen-Level, ne? Finde ich. Hallo? Okay. Chill. Was hab ich grad gemacht? Warum hast du... Why did you throw it away? Warum hast du es weggeschmissen? Stand auf der Notiz? Okay. Ich hab Angst, dass er gleich wieder irgendwo aus der Ecke springt. Aber dafür ist der Level auch ein bisschen zu hell, muss ich sagen. Sonst hast du immer Horrorgames. Die sind super düster. Man sieht nix. Inakzeptabel. Ja, sorry, Mann. War schon faulig. Hol ne neue Karotte aus dem Aldi. Für 1,99. Alles teurer geworden. Hast du übrigens eine Taschenlampe? Ah. Okay, die Taschenlampe macht das gefühlt noch schlimmer. Okay. Eva steckt mich im Schrank. Ey! If you see lights flashing and hear knock it without you're in danger, hide immediately. Ah. Ich mein, die Taschenlampe flackert auch so die ganze Zeit. So wirklich rumlaufen tut nix, ne? Okay. Falscher Alarm. Passiert schon nix. Man kann nicht rennen. Okay, jetzt aber. Oh, wie der Reichestipp. Okay, das ist creepy. Das ist creepy. Junge, wie der Jettet, Alter. Inakzeptabel. Es tut mir leid. Nimm's nicht persönlich, Karotte. Es war nichts Ernstes zwischen uns. Gurke ist viel nicer und Tomate sowieso. Was war eigentlich das nächste Level? Aubergine, ne? Es wird noch ein drittes Kapitel geben. Aubergine, äh. Sieht aus wie Ikea-Möbelhaus. Mir-Ikea-Geschäft. Okay, hier haben wir zwei Schränke. Tür. Schaffen wir es von der Tür bis zum Schrank. Aber dann können wir hier auch genauso gut in den Schrank laufen. Alalalalalalalalalalalala. Versteck dich im Schrank. Äh. Weißt ihr halt, dass eigentlich nichts passiert? Eigentlich. Darf ich mit? Bitte, der will. Mhm. Also weiß man ja, dass nichts passiert. Ne? Der hat mich auch nur angeguckt. Der hat mich auch nur doof angeguckt. Inakzeptabel. Ja, Mann. Ich hab's doch verstanden. Keine Karotten mehr im Müll. Ab heute esse ich nur noch Karotten. Vollständig auf. Ich werde mich verbessern und ich werde ein besserer Mensch nur noch Karotten essen. Ist das okay? Ich dachte, ich lass dich am Leben. Hätte ich dich gegessen, wärst du ja tot. Das ist komisch, der Gang. Der ist sass. Der ist sass. Oh oh. Das Licht flackert ganz schön. Aber das Licht flackern ist an sich jetzt nicht das Problem, ne? Die Karotten-Spot ja trotzdem sind... Trotzdem nicht einfach so irgendwie. Es gibt halt keine richtige künstliche Intelligenz noch. die halt irgendwie einen gefährlichen Gegner produziert, ne? Alles ist folgt einem bestimmten Pfad oder so. Ja, die Dynamik mit dem... mit den Schränken ist aber auch nur so halb. Flaschen für den Abend. Hallo? Junge, ich schaffe ich doch nie im Leben. Aber es bewegt sich schon halt echt creepy. Aber man sieht halt nix davon, weil man sich die ganze Zeit verstecken muss. Das ist halt das Doofe. Mann. Mann. Eigentlich ganz gut. Hat er aber ein bisschen so im Horror-Feeling. So ein bisschen auf ein paar kleine Jumpscares, weil das im Schrank steht. Mal dahingestellt. Das kann ich nicht aufmachen. Da ist eine große Tür. Und da ist eine große Tür. Stehen sich direkt gegenüber. Lass mich raten. Ich muss jetzt hier aufmachen und da hinrennen. Ah! Junge, Alter, seid der Depp auf, Alter. Mann, Mann, Mann. Genau das... Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir einen Stilwechsel. Wir gehen rüber in eine Schwarz-Weiß-Welt. Also der Stil von der Map mit dem Gezeichneten so ein bisschen Richtung Bendy ist auf jeden Fall geil. Ist auf jeden Fall geil und sieht gut aus und so weiter, ne? Ein bisschen an der Atmos... Oh mein Gott. Das war auch creepy. Ein bisschen an der Atmosphäre noch feier, feilen. Ist alles so ein bisschen sehr vorhersehbar, bis auf, dass die Karotte dann von hinten anläuft oder in Schränken und was auch immer. Karotte wird immer saurer und saurer. Kann die Karotte überhaupt sauer werden? Ah! Ah! Okay. Okay. Weiter geht's. Du, 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 du. Oh no. Also entweder wird's gleich irgendwie schnell angerannt kommen hinter uns oder was auch immer. Der hat dich gestreckt. Ja, der hat mich an meiner Wange gekitzelt. Ja, was passiert? Was passiert? Was passiert? Oh, es wird dunkler. Ah! Wir wachen wieder zu Hause auf. Alles nur ein Fiebertraum, Leute. Die Karotte war gar nicht sauer, dass ich die in den Müll geworfen habe. Story geht weiter. Da ist die Aboujine. Oh! War das ne Tomatenspinne oder ne Karottenspinne? Oh! Das dritte Kapitel. Okay, der Satz zum Schluss. Don't leave any leftovers. Lasst nie irgendwas übrig, Leute. Ein paar kleinere Jumpscares. Von der Mechanik her fand ich das jetzt halt nichts Komplexes. Ich hab mich, glaube ich, nicht einmal erwischen lassen. Könnte man vielleicht auch ein bisschen an der Atmosphäre und der Soundkulisse arbeiten. Weil so ist doch schon sehr, sehr trocken ohne Soundkulisse, ne? Und wenn ihr natürlich nichts verpassen wollt, Abo-Button und Glocke. Auf der rechten Seite findet ihr wahrscheinlich das Bananen-Level. Könnt ihr auch noch gerne ausdrücken. Auch eine sehr nice Map geworden. ein paar Mal.